Ich weiß, der Anteil von Volkpfosten ist relativ homogen verteilt weltweit auf alle Volks-, Religions- und sonstigen Zugehörigkeitsgruppen. Es gibt natürlich Ballungsräume. Die CSU. Da sind wirklich alle blöd, aber da gibt es schon noch Platz nach oben. Was reimt sich auf Söder? Merz, genau. Friedrich Merz ist tatsächlich noch blöder, gerade für Kabarettisten, denn es gibt ja nur einen Merz. Aber ganz viele Söder, das ist erstaunlich. Ein Söder kommt selten allein, deswegen spricht er von sich nie im Singular, sondern immer im Söderal. Plurales Söderal ist er, sagt immer wir, wenn er ich meint. Wir haben zitiert, wir sehen das so, wir machen das, wir in Bayern. Ist irre der Typ, das ist eine Art Gesinnungs-ADHSler.